hallo ihr lieben hallo glück auf und herzlich willkommen vom diemel stausee so wir wollen heute mal den schönen tag noch mal nutzen eine kleine wanderung machen und bei der gelegenheit wollen wir dann auch noch mal die super sparrow trinkflaschen ausprobieren haben wir gedacht wäre eine gute gelegenheit jetzt die wurden uns freundlicherweise zur verfügung gestellt von der firma super sparrow herzlichen dank erstmal dafür und wir wollen jetzt mal ausprobieren ob die dicht sind ob die wirklich so warm und kalt halten was da so drauf steht und ja wie das handling ist und pipapo so und haben uns gedacht gehen wir mal wandern bzw wir wollten sowieso wandern gehen und ja was gibt es besseres als in der natürlichen umgebung zu testen ja dafür sollen sie ja wohl da sein ja oder auch nicht keine ahnung wir benutzen sie dafür genau sportfreizeit und camping und so weiter für alles ja wenn die jetzt mal befüllen mit mit wasser also kalt und warm getränke und ja der rest erklären wir dann unterwegs oder zeigen unterwegs mal gucken was uns damit so auffällt oder wie gut oder wie schlecht die dinger sind so alles klar wir füllen jetzt erst mal ne ja das zitronenwasser rein übrigens mit kohlensäure so jetzt greifen auch noch mal die temperatur ab weil wir sind ja vorbereitet wird mir jetzt auch mal interessieren weil die da so ein versprechen abgeben 24 stunden sollen die kalt halten und zwölf stunden sollen die warm halten ja schauen wir mal 24 stunden kalt zwölf stunden 6 grad also sechs grad kalt direkt aus dem kühlschrank und das gleiche machen wir jetzt auch mit dem heißen mit dem tee so 95 grad und da wollen wir sehen wenn wir das gleich noch mal wieder öffnen unterwegs inwieweit da die temperatur abgefahren ist wo wir haben jetzt noch ein bisschen höher halten vielleicht so eine ganz normale wassertrickung flasche und stoff ja hat aber aus unserer sicht schon mal den ersten genialen vorteil da kannst du dir auch so weil sie nicht fruchtstücke reimer eine zitrone da ist ein sieb oben drin moment ein bisschen ins licht ist ein sieb oben drin so kann man entweder was reinlegen dass man es dann beim ausgießen dem die frucht mit kriegt oder man macht halt frucht unten rein und dann beim ausgießen hat man es nicht im getränk im glas drin so und der deckel ist auch noch schön weil der hat hier zum einen eine sicherung und dann braucht man bloß hier den knopf drücken dann geht die auf also ist auch einhändig zu bewerkstelligen große öffnung also man braucht nicht saugen finde ich auch sehr praktisch mit diesem klickverschluss und hat natürlich den riesen vorteil mundstück staubt da nicht so zu kannst ja auch mit dem auf dem fahrrad mitnehmen zum beispiel so da machen wir jetzt auch ein kaltgetränk rein hat auch sieben grad logische konsequenz aus dem gleichen kühlschrank gut dann machen wir uns mal fertig wir müssen ja noch ein bisschen was zum essen mitnehmen ach so laufen wollen wir auch noch wir stehen hier auf dem stellplatz direkt am campingplatz das ist einer ohne strom ohne alles aber kostet 5 euro platz genug und ist direkt am see also so man könnte man da theoretisch sehen genau da gehen wir auch jetzt gleich hin ja genau da gehen wir zu dem weg der am see entlang wo bezahlt man hier man bezahlt am campingplatz der hier ein stückchen weiter runter ist genau lass uns losgehen bevor der regn kommt ja 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 hunde grillen ja ist verboten ja 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 also ich würde sagen wir stehen eigentlich schon mitten im Wasser oder ja ja ist sehr wenig Wasser drin sehr sehr wenig bei wenn ich denke bei 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 Jetzt geht es sehr gut. Kann man sehr gut raus trinken, läuft richtig flüssig raus, hat auch so ein Gegenloch, so ein Luftzirkulationsloch, aber trocken, wie gesagt, nochmal, da ist Kohlensäure drin, die ganze Zeit jetzt geschüttelt durchs Laufen, spritzt nichts raus, zischt einmal ganz kurz, aber das ist auch okay, mach es rein, bis jetzt. Machen wir erstmal eine Pause, wir haben jetzt Viertel vor drei, hast du gesagt? Ja. Und sitzen auf einem geschleidenen Baum. So, wir haben jetzt Viertel vor drei, es sind jetzt zwei Stunden, wir buttern jetzt hier mal ein bisschen. Jo. Wir haben ja extra Pommesköbelwurstmajor mitgenommen. Ja. Und dann, wir nehmen jetzt auch mal die Temperatur und gucken, ob jetzt alles dicht ist soweit. Ne? Jo. Jo. So, dann testen wir mal, wieviel naturen. Wie viel Temperatur der D hat. Was hatten wir am Anfang gehabt? 96 glaube ich. So. 83 Grad. Kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber 83. 84. Okay, kommt. Also trotzdem noch zu heiß eigentlich zu trinken. Aber trotzdem trinken wir jetzt mal ein Schlück Tee hier. Viel zu heiß, ne? So, auch die Pulle, kann man auf den Kopf stellen, ist dicht. Draußen schmeckt es am besten. Ja. Das ist ja jetzt die mit der größten Öffnung. Jetzt zeige ich gleich. Und ein Liter, ne? Ja. Ein Liter. Aber ist schön griffig. Kannst du nicht meckern. Ja. Ich nehme Laminanschluck. Danke. Passt sich gut an. Ist sich gut. Ja, von der Haptik her, super. Ich glaube sogar da passt, in die Öffnung passt ein Esslöffel, ne? Normaler Esslöffel. So ein Suppenlöffel, ne? Passt da rein. Also wenn alle Stricke reißen, kannst du da auch deine Pommes, Currywurst, Maio reinmachen. Gematscht. Oder mal so ein Süppchen. Süppchen geht auf jeden Fall. Also, da kann ich schon mal sagen, zumindest jetzt die ersten drei Stunden warm gehalten. Zwei. Zwei? Zwei. Zwei Stunden. Aber die ist so heiß, die hält auch noch mal locker zwei Stunden. Ja. Sollte es auch. So, und bis dahin sollte es eigentlich auch weg sein. Jetzt wird es ein bisschen spannend, glaube ich. Wir haben jetzt diese kleine rote da. Mit dem, das ist die Flasche mit dem kleinsten, mit der kleinsten Öffnung. Mhm. Die haben wir jetzt die ganze Zeit noch gar nicht aufgehabt. Der Rucksack ist mir gerade runtergefallen. Ja, schon. Also ist aber alles dicht, ne? Also. Also alles dicht, deshalb ist das eine. Aber, ich muss mal meine Tasse wegstellen. Aber da ist ja Kohlensäure drin. Und da wäre jetzt mal interessant, inwieweit jetzt die gleich rausschießt. Öffne mal vorsichtig, Schatz. Puff. Hat nur einmal Puff gemacht. Das war's. Das war's. Gut. Dann kontrollieren wir mal. Sechs Grad hatten wir, glaube ich, gehabt, ne? Kann sein. Der pendelt zwischen sieben und acht Grad. Ach, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Sieben Grad. Also sieben Grad haben wir jetzt. Mit 6 oder 7 Grad haben wir die auch eingeladen. Also da hat sie nicht wirklich viel getan. Sehr gut. Kohlensache ist auch noch drin. Soll sie auch hin. Ja, es ist kalt. Definitiv. Wir haben jetzt die Hälfte vom Wanderweg weg, ne? Ja. Die Hälfte waren jetzt ungefähr 4 Kilometer, 4, irgendwas. Das war ja ein gesundes Leben, ne? Baby, you don't belong. Also, 8 Grad. 8 Grad. Die hat noch hier so einen zusätzlichen Überzug. Nö, sehr schön. Das ist ein Zwischending zwischen den anderen beiden, ne? Von der Größe her. Also der Verschluss ist etwas größer als die von der roten, als der Verschluss von der roten, aber kleiner als von dieser, was ist das blau da? Oder türkis. Die gibt es ja in verschiedenen Größen. Von 350 bis 1 Liter. Bis 1,5 Liter. Teilweise. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Getränkeflaschen, aber ich habe auch schon 1,5 Liter gesehen. Bist du mal auf der Homepage gucken. Verlinke ich euch. Also die Flaschen, die wir jetzt hier haben, verlinke ich auch mal in der Beschreibung. Könnt ihr auch mal gucken. Die kann man bei Amazon bestellen. Ja. Ne, sehr schön. Schöner Deckel. Das ist Holz, ne? Ja. Deckel ist Holz. Ja. Hat was. Frisch gestärkt. Geht es dann auch mal weiter? Ja. Oder? Kann es nicht mehr? Da bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ja. Doch, geht noch. Geht noch. Geht alles. Wetter ist schön zum Wandern. Nicht so heiß. Ne, Wetter ist super. Also es ist trocken. Absolut. Ich habe mir aber schon ein kleines Stöckchen organisiert hier. Der alte Mann braucht einen Stock. Meine Knie brauchen einen Stock. Sei froh, dass ich überhaupt mitlaufe. So, wir sind jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde weiter. Aber wir haben noch kein Ende in Sicht. Aber der höchste Punkt. Jetzt geht es nur noch bergab. So. Also wenn man lange nicht mehr wandern war, da ist der Tunnel, war das schon heftig. Zehn Kilometer gut. Gute vier Stunden haben wir jetzt gebraucht. Ja, egal. Diemelsee auf jeden Fall auch schön. Kann man mal machen. Ja. Schade, dass nur ein bisschen sehr wenig Wasser gerade drin ist. Wir haben jetzt tatsächlich noch nicht alles verbraucht und wir können auch noch ein Fazit machen. Genau. Nach vier Stunden. Ja. Genau. die Klappe. Ja. Das heißt, das Mundstück bleibt immer sauber. Also ich habe jetzt schon die normalen nicht mehr gehabt mit diesen Gumminippelchen. Wenn du den am Fahrrad hast und du fährst eine staubige Strecke, dann hast du den Staub im Mund. Hier alles dicht. Kannst du auch alles gut mit einer Hand bedienen. Das finde ich gut, dass man das wirklich so... Und du hast hier drin noch so eine Entlüftung. Wenn du trinkst, siehst du, die ist auch leer. Wenn du trinkst... Läuft so durch. Die kannst du leer ziehen. Man muss nicht ziehen. Nee. Läuft. Nicht drücken. Drücken geht eh nicht. Läuft komplett von alleine. Ja. Sehr gut. Ja. Muss ich sagen, sehr gut. Gefällt mir. So. Jetzt haben wir den Kollege, da hatten wir ja kaltes Wasser eingefüllt. Ja. Und dann gucken wir mal. Wir hatten sie ja zwischendurch einmal auch aufgehackt. Ja. Nee, die hatten wir aufgehackt. Die nicht. Die auch. Natürlich. Die haben wir alles schon gemessen. Beide. So, und jetzt messen wir mal, wo wir sie jetzt zwischendurch einmal auf hatten. So, Kohlensäure drin. Ich mache jetzt ab nichts vorher gemacht. Moment. Alles gut. Ich habe immer gedacht, das schießt er so raus. Entschuldigung. Ich habe Durst. Ja. Du musst ihn erst anmachen, Schatz. Wo denn? Ja, hier hinten. Da, wo unten steht. Achter, ich habe doch keine Brille auf. Sehe ich doch nicht. Und. So. Jetzt gucke ich mal, ob wir das hier so... Timm mal das jetzt so meinen hier. Das wäre doch mal was. Ich halte jetzt das Ding hier mal rein. Und stelle den mal scharf. Und ihr müsst mir jetzt sagen, was da draufsteht. Das ist nicht. Also da steht neun Grad drauf. Neun Grad? Neun Grad. Wir haben bei drei Grad, sechs Grad gestartet. Ja, sechs oder sieben. Jetzt geht er gerade auf acht. Moment, wir sind noch nicht fertig. Man kann es glaube ich nicht sehen, oder? Ne, ich glaube ganz schlecht. Egal, müsst ihr mal glauben. Acht Grad. Acht Grad. Also zwei Grad wärmer geworden. Das ist nix. Ich meine gut, jetzt haben wir auch nicht die Höllen Temperaturen da draußen. Aber zwischendurch aufgehabt. Genau. So, jetzt machen wir die hier nochmal auf. Die finden wir sehr schön mit diesem Holzdeckel hier. Aus der kannst du auch super trinken. So. Ich krieg's ja nicht auf. So. Kann man das sehen? Ne, die rote ist davor. So. Wir sind jetzt ein bisschen unkoordiniert. Ja. Ja und? Oh ja. Das ist völlig okay. Ja, ich habe gerade den Rest aus der anderen Flasche getrunken gehabt. Die Plastik hier. War zwar auch noch frisch, aber da merkst du schon den Unterschied. Neun? Acht Grad. Acht Grad jetzt auch. Acht Grad. Also. So. Nach vier Stunden, ne? Ja. So. Und jetzt. Den kannst du auch nochmal bitte aufmachen. Da ist noch Tee drin. Ja. Da ist ungefähr die Hälfte von weg. Von dem anderen war auch ein ordentlicher Schluck raus. Aber der Deckel wird ein bisschen warm, ne? Aber merkt man schon. Warte mal. Ja. Geht das? Boah, wir sind Tester hier, oder? Ne. 14. Stimmt, die mit Spitze musst du messen. Die Spitze musst du nicht messen. Gut. Du hast aber recht. 15, 16. 17. Ich muss das nicht schratzen. So. Ja. So. 27 Grad. Ja. Ja. 27 Grad. Ja. Jetzt haben wir ne Macke rein. Das kann ne Macke drin. Wo ist ne Macke? Ja, läuft. So. Also Deckel wird jetzt. 27 Grad warm. Oder ist 27 Grad warm. Das Ding ist halb leer, aber. Aber es qualmt noch. Es qualmt. Kann man das sehen. Ich bin mir nicht sicher. Oh ja. Über 50 schonmal. Ja, ist ja gut, ey. Ich mach das mal jetzt auf 80. Für jeden Fall. So, was haben wir jetzt gerade? 66. 66 Grad. Jetzt weiß ich, wie es geht. Oder? Mich bewegen. Wie soll denn? Du hast ja so ein Autofokus-Ding. Ja. Und dann ist wieder Schatten. 66 Grad. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was wir hatten. 95 oder irgendwie soweit. Wir hatten 96 Grad gehabt. Ihr müsst zurückspulen, dann wüsst ihr es. Oder? Ja. Ich mach das später und blende das dann unten ein. Also wir hatten es aber auch, wie gesagt, zwischendurch auf gehabt. Zweimal, ne? Ja. Das sind die. 1, 2, 3, 4. So. Die hatten wir heute auch alle mit. Ja. Alle gefüllt. So. Man sieht dich nicht, Schatz. So. Ja. Fazit. Fazit. Ähm. Was findest du schlecht daran? Fangen wir mal so an. Du kannst schon was sagen, ne? Mir fällt gerade mal so auf Anhieb jetzt. Ne. Äh. Auf Anhieb fällt mir... Nix an. Nix auf. Mir aber. Wo ich jetzt sag, das gefällt mir gar nicht. Mir schon. Ja. Und das wäre? Ähm. Ich finde es, zumindest bei dieser hier, schade, dass da kein Becher dabei ist. Das stimmt. Okay. Das wäre natürlich jetzt noch das Optimum, wenn da irgendwie... Also kalt, kein Problem. Kannst du aus der großen Öffnung auch noch trinken. Heiß geht nicht. Ne. Verbrennst dir die Fresse. Also da wäre vielleicht jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man diesen Henkel hier unbedingt braucht. Ne. Statt des Henkels da... Das ist ja nicht verkehrt erstmal. Also der stört mich jetzt nicht. Ne. Also ich würde jetzt statt des Henkels da irgendwie so einen Becher drüber setzen. Achso. Ja. Also das wäre für mich so der Punkt, wo ich sage, ja gut, du musst immer Becher mitschleppen. Obwohl, so wie bei uns jetzt, man hat ja immer Becher. Ich sag mal so, wenn du jetzt hier heiß einfüllst, dann musst du auch einen Becher mitnehmen. Ja. Weil da trinkst du, wenn du... 66 Grad trinkst du, 70 Grad trinkst du nicht so mal eben aus der Pulle. Ne, tut das nicht. Okay. Also. Also. Was findest du... Also das fällt dir sonst nichts mehr ein? Ne. So fällt mir sonst nichts ein. Okay. Was findest du gut? Was finde ich gut? Die Farben finde ich sehr schön. Die Farbauswahl. Ja, da müsst ihr mal ins Netz gucken. Da haben wir uns bei dieser Vorauswahl sehr schwer getan, weil irgendwie haben die uns alle gut gefallen. Von den Farben her. Sehr schön zum Anfassen dieses etwas rauere, nicht so glatt, finde ich. Das finde ich... Jetzt komm nicht, pass auf, Fachmann. Ja, Fachmann. Pulverbeschichtet. Pulverbeschichtet. Auf jeden Fall fühlt sich das sehr gut an. Ja. Die sind dicht, wie gesagt. Das gefällt mir auch sehr gut, weil da ist ja schon mal, gerade auch wenn man Kohlensäure ist ja schon mal so ein Problem, wenn man das irgendwo in irgendwelche Flaschen einfüllt. Und ansonsten... Ja, ganz besonders hier diese Technik hier mit diesem Klickverschluss hier. Das finde ich völlig genial. Also das... Also ich finde das Trinkgefühl echt gut. Ja. Musste nicht kämpfen, muss nicht... Wie hier taucht. Tauchermaske. Ja. So. Und du? Ich finde gut... Also viele Farben, Auswahl. Geht da mal bitte auf die Seite. Da gibt es von Grau auf Schwarz auf Rosi auf Mint auf Pink... Ach ja. Ich finde gut, dass die... Hatte ich glaube ich vorhin schon mal kurz erwähnt, die schadstofffrei machen. Ja. Finde ich wirklich sehr gut. Ja. Ähm... Die Griffigkeit finde ich sehr gut. Das rutscht nichts. So, das ist alles tipptopp. Ähm... Da gibt es aber noch ein System dabei. Trink- und Strohhalm und Bürste und zwei Ersatzhalme. Zeige ich euch. Habe ich schon aufgenommen. Da waren wir noch zu Hause. Schön. Ähm... Ja. Kannst du gut tragen. Da ist noch ein Karabiner bei. Der ist jetzt aber nicht so pralle. Den würde ich austauschen ehrlich gesagt, wenn man das gefüllt nach draußen hängt. Am Rucksack oder so. Nicht, dass sie weg ist. Wäre zu schade. Wir können sie, glaube ich, gut empfehlen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Also, damit macht er nichts falsch. Kauft ihr gut. Hier ist noch so eine... So eine... So eine Gummi... So ein Neopren-Schutz. Wenn du die jetzt öfters hinstellst. Also die hat die jetzt. Die anderen jetzt nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Kleines Löschen drin, damit der Druck da entweicht. Ich glaube, die hatte ich letzte Woche schon im Auto mit. Ja. Und als du abends wieder kannst, war es auch noch kalt. Also. Stimmt. Also das macht sie definitiv. Also. Das was sie sagen. Also Super Sparrow sagen und schreiben. Scheint offensichtlich zu stimmen. So. Okay. Wollen wir nicht auch zu lange in die Länge ziehen hier alles. Für mich ein super Produkt. Ganz ehrlich. Ja. So. Also. Kann ich nur... Pflichtig bei. Dem Pflichte ich bei. So. Machen wir zu sollen. Und. Sehen auch noch irgendwie stylisch aus. Ja. Seien auch noch irgendwie stylisch aus. Seien auch noch stylisch aus. Gut. Alles klar. Dann soll es das gewesen sein. Ein Tag am Diemelsee mit Super Sparrow. Und den Lucky Campern. Und den Lucky Campern. Genau. Die habe ich ja ganz vergessen. Alles klar. So. Schönen Dank. Dass ihr so lange bei uns mit dabei wart. Die ganze Tour mitgelaufen seid. Ich denke mal ihr seid jetzt auch kaputt. Ja. Trinkt euch was schönes, kaltes oder was warmes. Und bleibt sauer. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Bis denn. Tschüss.